So, liebe Freunde und Fans des Original Ulmer Gins, des Herrlich Gins, des Bayerisch Gins und des Pinker Gins. Lauter leckere Gins hier aus der kleinen Chateau-Steine-Manufaktur. Morgen ist Heiligabend und ich wollte mich auf diesem Wege nochmal ganz herzlich bei euch da draußen bedanken für euren tollen Support dieses Jahr. Es ist echt unglaublich, wie ihr uns unterstützt. Auch vielen lieben Dank an alle Händler, an alle Gastronomen da draußen, die unsere Gins da in die Welt bringen. Es ist wirklich toll, vor allem die Ulmer Händler. Ganz besonderen Dank an euch, an die Ulmer Gastronomen und Ulmer Händler, dass ihr den Ulmer Gin so groß gemacht habt. Das tut natürlich in der Heimatstadt besonders gut. Ja, was kann ich noch sagen? Ich kann euch nur ein tolles Weihnachtsfest wünschen. Genießt es mit euren Liebsten. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, ins 2020. Wir werden uns jetzt auch verabschieden. Wir haben unsere Destille hier einmal auf Vordermann gebracht, damit wir am 6. Januar gleich weiter brennen können für euch. Wir sind jetzt erstmal in den Weihnachtsferien bis dahin. Und ab 7. Januar sind wir wieder gerne für euch hier in Reutti im Garagenverkauf wieder da. Ansonsten könnt ihr unsere Gins bei den guten Händlern natürlich kaufen überall. Mittlerweile ja sogar weltweit. Dank dem World Spirit Award sind wir da auch schon ziemlich etabliert mittlerweile. Jo, und ja, schönes Weihnachtsfest, guten Rutsch. Und ich hoffe, dass wir euch auch mit einer, mit zwei neuen Kreationen im neuen Jahr überraschen dürfen. Jo, bleibt gesund. Kommt wieder. Wir freuen uns. Bis bald. Eure Familie Steinle, euer Frank Steinle. Schöne Weihnachten. Ciao. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Eure Familie Steinle, euer Frank 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 Steinle